das ist ein trank der steinform genau haben wir irgendwo tränke die wir stapeln könnten sieht nicht danach aus ok das wollte ich nämlich jetzt wirklich machen die erfahrungspunkte und die gegenstände war uns nämlich wirklich wert tagebucheintrag genau wir wurden von einer frau namens seca angeheuert sie von ein paar schurken zu schützen die einmal namens feldpost angeheuert hat gut nichts leichter als das ich würde sagen wir gucken jetzt mal die rote gabereien was das für ein ort ist ich schätze ihr seid am ende ihr könnt davon ausgehen dass ihr am ende seid nehmt es bitte nicht persönlich ja aber ich glaube eure zeit auf dieser schlammkugel ist abgelaufen sagt dieser zwerg warum tut ihr das ich habe euch nichts getan und sagen wir einfach mal ihr habt niemand etwas getan soweit ich weiß das ist mir auch völlig egal geld ist geld und ein kopf ist ein kopf wenn sich die beiden treffen dann verdient der alte karlatzen geht damit ich habe ja gesagt ich habe nichts persönlich gegen euch okay wir haben wieder einen kopfgeldjäger unbedingt auf die nase will aber der scheint wenigstens kein magier zu sein so wieder mal einen brief kopfgeld ausgesetzt okay diesmal sind 350 goldmünzen auf uns ausgesetzt gewesen ist ja nicht schlecht so den brief können wir auch karlat geben das immer nur direkt aktuellste bei talisa liegt so was wollt ihr beinahe unter meiner würde gut das kettenhemd ist zwar wahrscheinlich nicht so viel wert aber wir können es trotzdem beim hiesigen schmied verkaufen vielleicht kriegen wir was dafür so hier sind leute ein lachlugger also ein besoffener wahrscheinlich wo ich bin holzfelder wenn ich es doch sag ich arbeite die nacht und schlaf am tag also ja besoffene hallo habt ihr zufällig hier in der gegend zu einem großen umgrubbelten typ mit einem wundekopf gesehen ein hundekopf ich sag doch ein hundekopf und aus dem haus stinken tut er wie eine hygiäne also er kann schon mal wahrscheinlich kein wort mein er weit was humanuites also wahrscheinlich ein knoll ja ein knoll da versteckt sich einer in den bergen westlich von hier in der nähe der hohen hecke dieser verdammte die verdammte diebische fellkloß hat mir vor zwei tagen mein kurzschwert geklaut ein knoll war das wie wäre es wenn ich mal eben in den laden gehe und euch ein neues kaufe mein beileid ich hoffe du erlebst bei besseren zeichen ich habe sie noch nie leihen können wie viel wäre einem zwerg wie euch so eine klinge wert ne geld für die klinge verlangen aber ihn verpönen ist auch nicht so feine art und einfach nur glück wünschen ne wie viel werde die klinge wert ja ja jetzt was die blöden witze die haben so einen bart die blöde klinge ist nichts wert es geht mir nur um stolz ich gebe 50 goldmünzen wenn ihr mir wenn ihr ihm damit die die poliert wir könnten ihn noch mal verpönen aber wir sagen abgemacht ja ja ok hoffentlich ist er später freundlicher zu uns ich fühle mich etwas unbehaglich weil ich ihn so schlecht behandelt hatte und will ich dir daher ein wieso habe ich ihn schlecht behandelt das schwert des armen haltlings per du per du den knollen wieder abzubringen die anscheinend den ebnen westlich von berikus auf der lauer liegen ja diese quest ist oder dieser auftrag ist ziemlich mies muss ich sagen weil wenn man zuerst zu hohen hecke geht die liegt hier nämlich und nicht aufpasst der gnoll stolpert da schon vorher rum da kann es sein man tötet den gnoll vergisst das schwert wird tagelang durch die gegend gegenstände die spawnen nach mehreren tagen irgendwann kommt dann nach berikost erfährt von dem schwert und findet es dann nicht mehr da sie durch ist die quest unlösbar das ist mir bitte schon drei oder vier mal passiert ja ja gucken wir mal was der wir zu sagen hat hier könnten wir auch wieder schlafen aber ich bin mal dafür dass wir etwas trinken so einmal durch die ich höre einige einheiten der flammenden faust wurden nach berikost gesagt sieht aus als würden die großherzzüge wegen am wirklich nervös werden ja die spannungen zwischen bayros tor und am scheinen sich zu vergrößern und wir sind betrunken das hat glaube ich keine auswirkungen jetzt im augenblick so direkt auf uns hoffe ich mal so schaut mal die treppe hoch die ist ja wie gesagt etwas neugierig ob sie etwas abstauben kann was uns für uns nützlich ist ich habe genug davon ich habe genug davon ich habe genug davon ich habe genug davon ihr müsst nicht sterben wir können euch heilen was warte im sinn ich habe gehört dass es ärger gibt den naschke dagegen war ich jetzt schon lange nicht mehr deswegen kann ich nicht viel dazu sagen wahrscheinlich haben die anderen aus der stadt so viel erzählt oder ja was könnt ihr mir über berikost erzählen was wollt ihr denn wissen ich werde viele unter den einwohnern und weiß auch ein bisschen über geschieht über die geschichte äh sind noch ein paar suchmissionen oder ergebnisse ich bin nämlich ein abenteuer eine so eine art abenteurer äh wovon reden die leute was sagen sie zu den problemen der letzten zeit ach so ihr meint wo die eisen knappheit das hat dem schmied hier vor ort wohl ziemlich zugesetzt terium ist ein ausgezeichneter schmied aber in letzter zeit hat er nicht so viel zu tun seine schmied ist immer noch gut ausgestattet aber sieht sich auch nach anderen materialien um die er bearbeiten kann keine ahnung was das sein könnte aber er hat ein gutes händchen für exotische materialien kann ich das noch irgendwas irgendwie helfen also ja das ist jetzt eine anleitung darauf dass der schmied hier ankeckpanzer verarbeiten kann äh ja gibt es suchmissionen ein abenteurer was ja wenn ihr es euch zutraut in den ruinen der schule von ulkastea im süden der stadt gehen seltsame dinge vor sich ich würde da nicht hingehen weil ich mir meine fähigkeiten nicht ziemlich sicher wäre sind schon viele leute mit guten absichten hingegangen und nicht wiedergekommen ist also nur etwas wenn ihr kampferprobt seid ansonsten wartet frau mirianne oh schon lange auf nachrichten von ihrem mann er sollte schon seit langem aus am zurückgekehrt sein ich weiß dass sie für alle neugierigkeiten sie sehr dankbar wäre sie wohnt ganz im osten der stadt diese richtung falls ihr etwas wisst falls ihr etwas wisst möchtet ihr sonst noch etwas nichts besonderes nur ein bisschen sehenswürdigkeiten einsehen und viel einkaufen einkaufen dann solltet ihr bei fettboss wirtshaus vorbeigehen die haben verschiedene trophäen im angebot manche davor sogar mit magischen kräften am besten bringt ihr jedoch genug gold mit denn billig sind sie nicht gerade wenn ihr ein bisschen gold übrig habt solltet ihr auch nach talantir westig von der stadt aussuchen er hat einen laden in seiner burg ist aber nicht sehr scharf auf besucht sprecht auf jeden fall sofort mit ihm wenn ihr eintretet es ist nämlich schon fast tödlich ohne erlaubnis in seinem raden herum zu schöpern er schreckt die leute auch gerne ein bisschen wollt ihr sonst noch etwas wissen nein danke ihr wart eine große hilfe haben wir tagebucheinträge gekriegt nicht wirklich ok hier scheinen leute albträume zu haben ich gehe jetzt mal auf nummer sicher ok der hat nicht gerade viel und so ein paar goldmünzen werden wir nicht klauen wir werden die leute nicht um ihre letzten 21 goldmünzen bringen wie gesagt wir gucken nur ob es ähm sachen gibt die uns helfen könnten also heiltränke und sowas oder andere zaubertränke die würde ich immerhin dann schon einstecken aber nicht ein paar goldmünzen auch nicht 36 das ist nee das ist einfach nur falsch das hier hingegen ist doch eher was wert und du scheinst das größte zimmer zu belegen ja den nehmen wir auch mit ok hier scheinen leute auch gerade schlecht zu träumen warum auch immer bei allen die tür offen ist da gucken wir nicht rein da sieht er nämlich zu so dann verlassen wir die rote gabe mal nichts leichter als das wir gucken mal kurz auf die karte ganz im osten osten ist hier also vielleicht direkt gegenüber gucken wir mal ja was wollt ihr du siehst nicht aus wie eine frau marianne und dein haus sieht eher herunter gekommen aus als das hier was wertvolles wäre schätzt immerhin mal ja eine heizkette da kann sie die finger nicht von lassen von schmuck da ist immerhin ein bisschen eigen aber eine axt brauchen wir nicht unbedingt unter meiner würde ok das war schon mal das falsche haus vielleicht das nebenan nein das ist noch ein bürgerlicher der in seinem kleinen haus wohnt ich gehe mal aus dem weg mit oh ein wendigkeitstrank der ist auf jeden fall hilfreich schwert nicht unbedingt euch auch nicht unbedingt was wollt ihr gut äh hast du uns was zu sagen habt ihr etwas gesagt also ich weiß so nicht genau was ihr hier finden wollt aber vielleicht habt ihr euch ja im haus geirrt ich bin galt der haben ich habe gerade ein bisschen aufgeräumt habt zurzeit nicht zu viel zu tun keine karawanen kommen seufzt nun ja macht euch bitte wieder auf den weg also ja er ist ganz höflich obwohl wir in sein haus eingebrochen sind mitten in der nacht mitten in der nacht und ja es hieß sie wohnt ganz im osten hier liegen einfach mal 5 goldmützen in einem fass und das haus hier ist das östlichste glaube ich oder ja entweder ist es das oder ist es das hier unten aber östlicher geht es nun wirklich nicht mehr das haus sieht auch ein bisschen größer aus als die 3 4 hier ja hier wohnt eine frau hallo seid gegrüßt mein mann musste plötzlich geschäftlich nach anreisen und ich sorge mich so um ihn marianne hatte immer gesagt marianne der alte roh kennt sich auf der straße aus aber die straßen sind nicht mehr so sicher wie früher und seit monaten war kein boothaus an mir könntet ihr auf den straßen im süd die augen offen halten und es mir mitteilen wenn ihr einen hinweis findet ja ich war heute von den bitten mariannes aus perikos berührt ihr mann roh musste in den süden nach amreisen und sie ist verständlicherweise um seine sicherheit besorgt ich habe versprochen mich nach neuigkeiten über sein wohlergehen umzuhören wenn ich in diese wenn ich die in diese richtung fahre also fahren tun wir nicht wir gehen leider seid gegrüßt meine liebste marianne das ist der inhalt von dem brief den lese ich jetzt nicht noch mal vor oh danke für diese frohe kunde bitte lasst mich euch diesen ring geben er wird euch auf euren reisen beschützen tagebuch aktualisiert gegenstand eingebüßt gepüßt